hey und herzlich willkommen hier an bord der adresse ja wenn wir wir hier auf einem dabei sind schiffe platz zu machen das tut mir gerade ein bisschen viel leute aber schnell dingsten sorry das werden mir gerade ein paar viele den den würden wir uns bereit oder oder was was der bruder nix doch eltern enttern einleiten so fach ab ja ja der darf da mit den einen spielen er darf mit den einen spielen so müsste jetzt das dritte schiff sein wir stürmen das schiff ja komm was soll der geiz okay luck Und vor allen Dingen bin ich hier direkt ja auch beim Hafen. Ich glaube, die erwischen uns gleich. Ja, ja. Alter, Doc Ahn! Während an Pfingst kann ich das nicht machen. Ja, toll. Erhöht das Tempo, so schnell es geht! Zählen! Meine Frisse, ich hasse es. Ich hasse es. Männer, an eurer Muder! Nun, Kapitän, wir sollten vor Seidon stattziehen. So, sind wir jetzt aus der Gefahrenzone? Anscheinend. Gut. Getraffene Gewässer! Auch ich mal, dass ich mich jetzt hier auch gleich andocken kann. Es geht nicht schneller! Auf geht's! Ich glaube nicht, ob wir schneller rudern können! Bei der Doc. Rudert los! Ja, anlegen. Da haben wir so. Einen Bereithalten! Spatz! So. Alles klar! Dann gehen wir mal zum Talitas. Talitas, um den Bericht zu erstatten. Ei! Du bist zurück! Ich hörte Fischer Geschichten vom wilden Ritt der Adrastea über die Wellen erzählen! Die Flotte der Athena ist zerstreut! Ha! Die Haie sollen sie fressen! Danke mir nicht zu früh! Der Helm deines Vaters ist verloren! Ich kann mich nicht mal mehr an sein Gesicht erinnern! Der Helm war alles, was ich von ihm hatte! Doch du hast die Flotte vernichtet! Das ist meine Rache! Das ist noch nicht das Ende! Die Athena werden mit Sicherheit zurückschlagen! Außer wir schlagen zuerst zu! Wenn das der Plan ist, greifen wir die Befehlshaber an! Athena sind wie Schafe! Töte den Hirten, dann flieht die Herde! Wenn ihr marschiert, sehen sie euch kommen! Das mache ich besser allein! Ich schalte diese Befehlshaber aus! Geh den Mistkerln an die Kehle! Aber lass mir etwas Athena Blut übrig! Klar doch! Wenn die Befehlshaber tot sind und mehr Spartaner eintreffen, fließt mehr als genug Blut für uns beide! Aber hallo! Der Weg! Talithaus! Okay, die Flotte ist damit vernichtet! Färbt den Sand... Was? Färbt den Sand rot! Das werden wir machen! Guten Tag! Ich wollte ihn nicht erschrecken! Okay! Ja, ja! Da ist er! Versucht sich zu verstecken! Witzigerweise ist dort auch der Kopfgeld-Typi! Das heißt, ich könnte den rein theoretisch auch gleich mit töten! Guck mal! Erstmal gucken, was wir hier Schönes haben! Guck mal! Da haben wir noch ordentlich! Nämlich Leute! Aber scheint nicht wirklich mal was! Zack! 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 Kopfgeld entfernt! Aber hier scheinen noch... Es sind ja noch mehr! Zack! Zack! Guck mal da oben! Zack! 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 da ist einer der ganze marmor von mykonos kann dich nicht vor meinem spiel ja trotzdem mal hier kommen fackeln wir mal das zelt an weil wir es können ab gleich mal links mit das lager komplett gemacht der juckt sollte für den trug nicht mal wieder passieren so da unten soll der nächste sein der nächste pole march so ein stein bohr gucken wir mal rein theoretisch hätte ich gegen sogar linksen können wenn ich ihn nicht töten müsste hätte ich ihnen sogar zu meinem zu jemanden vom schiff machen können wir machen es direkt das lässt dich grüßen ja 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 Was ist das? Danke. Zack. 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 So. Dann haben wir die beiden Befehltraber. Ja. Hehehehehe. Back. Und tschüss. Dass die Leute auch immer im Weg sein müssen. So. So. Da hinten ist der letzte. Wenn wir schon mal hier sind. Mach ich gleich die. Äh. Hier. Das Lager gleich mit. Guck mal da unten ist auch noch ein Schatz. Ein Schatz. Okay. Schön, dass du es weißt. Freu dir. Dass du weißt, dass ich hier bin. Die Frage ist, wo ist der letzte Schatz? Weil ich weiß, da ist links. Oder ist hier auch der Schatz? Ja. Guck mal da hinten ist auch der Schatz. Hups. Stimmt ja. Die Attacke gab es ja auch noch. Dass wenn ich von irgendwo runter springe und Dings gedrückt halte. Und da ist der, dass ich auch noch Dingsen kann. Ach da. Da ist er. damit haben wir das lager auch fertig der steinbruch alles was ich nämlich jetzt gleich mit auf anhieb mitmache muss ich ja später nicht mehr machen haben wir nach da kurz auf die adresse erwarten und dann sie gehen wir rüber zum anderen ding machen dort alles fertig und dann sollte das klappen die ddd so einmal hier runter hier und da sagt so hier vorne aber warten auf die adresse ja halbieren rufen wir mal sollte nicht allzu lange dauern weil die steht ja eigentlich um die ecke sag ich ja das finde ich auch schön dass sie daran gedacht haben je mehr oder weiter weg sie sitzt also je näher sie dran ist desto näher wird das ding sein je weiter weg das ist desto weiter weg lasst mich in ruhe ach ach die ruhe da wäre langsam wenn eines konflikts kannst du das nie machen ihr könnt dieser scheiß drecks wenn sie unbedingt versenkt werden wollen sie als erstes sorry aber die gehen mir gerade ein bisschen auf offen so haben wir rüber wirst hier nicht okay so ist was er jetzt so meine f f f f f f Tag, Tag, Tag. On! Oh. Ab. So. Dann würde ich sagen, beende ich hier jetzt erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, tschau, euer Los Kisan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.